Unsere Energie ist begrenzt. So wie ein Tag nun einmal nur 24 Stunden hat, können wir nur so viel Energie in eine Sache oder jemanden stecken, wie wir auch zur Verfügung haben. Man kann sich das ganz einfach bildlich vorstellen. Jeden Morgen wachen Sie auf und haben eine Handvoll Energie. Das ist Ihre Kraft, Ihre Liebe, Ihr Engagement, Ihre Zeit, Ihre Ideen, eben all das, was Sie geben können. Was passiert mit dieser Energie? Zerrinnt sie Ihnen vielleicht einfach sprichwörtlich zwischen den Fingern, ohne dass Sie das wirklich kanalisieren können, selbst bestimmen können, wo sie hingeht und am Ende des Tages bleibt nichts mehr für Sie selbst übrig? Oder entscheiden Sie ganz bewusst, welche Situationen, Dinge, Menschen es sind, denen Sie Ihre Energie schwenken wollen und was Ihnen selbst davon zusteht? Das macht einen enormen Unterschied. Wenn wir uns von allen Zeiträubern, Kraftfressern und Energiewampiren unsere Ressourcen anzapfen lassen, dann sind wir fremdbestimmt, ausgeliefert. Mit der Zeit bluten wir regelrecht aus, uns geht die Kraft verloren, weil alles und jeder uns anzapfen kann. Das Kräftegleichgewicht bleibt auf der Strecke. Denn wer etwas geben will oder soll, der muss ja auch irgendwo die Kraft aufdanken oder bekommen, die er gibt. Und wer ist dafür verantwortlich, dass wir genügend Kraft und Energie haben? Unser Partner oder Chef vielleicht? Nein, wir selbst sind dafür zuständig, dass es in unserem Leben Menschen und Orte oder auch Tätigkeiten gibt, die uns erfüllen, beleben, glücklich machen, unser Herz zum Hüpfen und unser Gesicht zum Leuchten bringen. Nur wenn wir uns erlauben, uns Raum und Zeit zu geben, unsere eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und uns selber froh zu machen, dann können wir auch anderen etwas geben, unseren Kindern, unseren Familien, unserem Job. Deshalb ist es nicht egoistisch, sich selbst Gutes zu tun und für das eigene Glück zu sorgen. Es ist im Gegenteil sehr verantwortungsbewusst. Denn es ist die einzige Voraussetzung, dass Sie auch für andere dauerhaft da sein können. Investieren Sie also ganz bewusst in Ihr Wohlbefinden, wenn Sie in Ihrer Kraft bleiben wollen. Das ist der beste Weg, genügend Energie auch für andere zu haben. Fangen Sie gleich damit an. Was können Sie jetzt und heute noch für sich tun, dass Sie glücklich macht, Ihnen etwas Kraft gibt, dass Sie sich gut fühlen lässt? Ein Bad nehmen vielleicht? Einen Spaziergang machen? Etwas lesen? Eine Runde joggen? Einen Plausch mit einer Freundin oder einem guten Bekannten? Machen Sie es, auch wenn eine innere Stimme Ihnen sagt, dass Sie noch jede Menge andere wichtige Dinge zu tun haben. Überhören Sie doch ganz einfach mal die Gründe, warum es nicht geht. Es sind Ihre Tausende. Sie brauchen den einen Grund, warum es geht. Und der sind Sie selbst. Sie sind der wichtigste Mensch in Ihrem Leben. Der Dreh- und Angelpunkt von allem. Das Zentrum Ihres Seins. Und wenn Sie nicht dafür sorgen, dass der Energiehaushalt zwischen Geben und Nehmen in Ihrem Leben ausgewogen ist, dann wird es niemand tun. Und warten Sie nicht auf irgendwann später. Sie wissen nicht, wann das sein wird. Herzlichst, Ihre Claudia Bechert. Und natürlich können Sie diese Ausgabe auch wieder nachlesen und nachhören auf www.leben-lieben-lassen.de.